Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Reaction Video auf dem Kanal Casincredible und ja, mit dabei. Same here. So, gucken wir uns die T-Pop Girl Group an und zwar geht es um... For Eve. Ja, wir haben vor zwei Wochen ja Booty Bomb abgecheckt gehabt. Richtig geiles Lied. Und ja, ich habe die anderen Lieder vom Album auch angehört, Nobody's Perfect and Real. Richtig nice. Auch Trick or Treat habe ich jetzt extra gewartet, das MV. Und ja, das schauen wir uns erstmal an. Passend zur Halloween-Zeit. Mal gucken, wie es sein wird. Ich glaube der Teaser war cute, oder? Ich glaube, es geht Richtung Cute, also nicht so wie Booty Bomb. Mal gucken. Lassen wir uns überraschen. Let's go. Trick or Treat. Oh, schau mal die Outfits. Fancy. Sehr schön. Oh mein Gott. Oh. Das sieht nice aus. Das sah alle so geil aus. Das sah alle so geil aus. Oh, Pakao. Oh, mit dem ich kröp. Oh, ich bin hyvä. Ich weiß nicht, dass ich in die Idee bin. Ich weiß nicht. Warum nicht ich bin. Also, ich hab mich auf die Idee bin. Oh, ich hab mich auf die Idee, Reise. Oh, ich hab mich auf die Idee. Oh, ich habe mich auf die Idee. Oh, ich bin ein toll. Was soll das? Also ich muss sagen, die Outfits sind richtig schön, also richtig so, wie soll ich sagen, außergewöhnlich. Ich finde das Setting sehr schön, hat was, also hat schon ein catchy Musikvideo, muss ich sagen. Alles very cute. Mein Gott, die Haarfarbe steht voll. Ja, sieht voll gut aus, so wie Oza. Aber das Blau gefällt mir auch voll. Ich mag das irgendwie voll. Ich hab das Gefühl, das ist ja so schön. Ich hab das Gefühl, das ist ja so schön. Es ist echt nice, aber ich bin für Yves, es ist echt nice, und ich bin für die Filme. und in den Schoen ProMotion Tillyer und Kommen und Kommen und Kommen und Kommen und Kommen und Kommen und Kommen. Wie es jetzt geht? Boll, you better think twice Now it's my dad, you wrote the Dice Mini Mini Money Moe Und dann, du denkst, dass du wirklich nicht wirklich möchtest Ja, ich defence, dass du wirklich nicht möchtest Ja, ich möchte dich nicht lieb, doch ich will dich nicht lieb Du dich nicht lieb, wenn du dich nicht lieb und nicht lieb, Ich glaub, sie würde irgendwie richtig geil in ihrem Anzug aussehen, hab ich das Gefühl. Typ, wer? Blauhaare. Irgendwie gibt die mir so Vibes. Vielleicht kommt eben auch so ein Konzert. Könnt ich mir gut vorstellen bei ihr, auf jeden Fall. Die Griseur Haarstyle von Hannah ist auch voll süß. Also richtig nice. Vom Musikvideo her bin ich sogar auch besser als Booty Shake. War echt viel gezeigt. Aufwendiger gemacht, irgendwie auch richtig schön. Ja. Ja. Vom Lied her auch cute. Mal was anderes, wenn man nicht mal so Lust hat auf was Lautes, wie Booty Bomb zum Beispiel. Typisch for Eve halt. Kann man auch so zum Abschalten ruhiger bisschen, ist schön. Wie immer ganz viele verschiedene Konzepte. Ja. Das ist auch nice. Für jeden war's dabei. Genau. Streamed for Eve, Stand for Eve, for a better life. An die internen Namen? Gott. Wisst ihr was davon? Schreibt's in die Kommentare. Ich weiß aber was davon. Ja, nice. Schreibt gerne eure Meinung zu den Link in die Kommentare. Wenn ihr seht uns hier, falls ihr weitere Vorschläge habt. Auch, falls ihr noch hier unsere anderen T-Pop Breakfast angeguckt habt, guckt mal vorbei. Wir haben einige gedreht. Sehr gerne. Und ja. Falls ihr die Reaktion gefallen hat, lasst ein Like da. Vergiss nicht zu abonnieren. Und danke schön fürs Zuschauen. Stay safe, stay healthy und bis zum nächsten Video. Bye, bye. Bye Bye. Bis zum nächsten Mal.